Atomkraft, nein danke, mein Vorleben, das heißt für Lase. Na Freunde, hallo. Puppet kaputt. Lase, wir wollen unten rein. Genau, hier wollen wir. Wir wollen hier rein. Wenn wir schon hier sind. Da hat er auch schon gut gemacht. Überstand. Aufpassen hier über einen Fröten oder so, habe ich schon gesehen. Auf dem einen habe ich doch die Hinterbeine platt gefahren. Das tut mir aber leicht. Und Lase hier. Lase, ein ganz alter Typ, wie ich alles. Mal die gelben Kreuze. Wegen Vorleben. Atommüllentsorgung. Lass einfach mal hier längs fahren. Und den Weg fahren. Da fährt er noch. Das muss ich noch nicht verarbeiten. Das sind hier oder sowas. Lase. Das wäre es jetzt. Morgen, tschüss. Das wäre es jetzt.